Waren Sie schon oben auf dem Turm? Ja, ja, ist Schrott. Tatsächlich? In dem Reiseführer steht, das ist ein Muss? Ihr schafft es doch sowieso nicht da hoch. Wie bitte? Wieso nicht? Ich meine, das sind ganz enge Wendeltreppen. Ich mache keinen Witz. Was genau wollen Sie damit sagen? Was ich damit genau sagen will? Ihr seid noch hordebeschissene Elefanten? Das ist doch... Komm, lass gut sein, Fettsack. Alles in Ordnung? Geht's dir gut, mein Schatz? Sie sind wirklich ein unmöglicher Pflege, ein ganz unmöglicher!